Wichtige Erfahrungen mit dem Jifu Badezusatz für dich als Partner. Das ist das richtige Video, wenn du sagst, ich möchte den Jifu Badezusatz verkaufen. Ich komme aber nicht weiter, so wie eine Jifu Partnerin, die mich angeschrieben hat. Sie hat gesagt, Willi, die Jifu Badezusätze, die bescheren mir wirklich Wohlfühlmomente. Aber warum kann ich sie nicht verkaufen? Warum habe ich dadurch keine Kunden gewonnen? Es sind tolle Produkte und da habe ich mir dann ein paar Sachen überlegt. Ich selbst habe im Network Marketing im siebten Monat über 200.000 Monatsumsatz gemacht, meine Stimme. Und das nur mit Facebook und das ohne Freunde, ohne Namensliste, ohne Leute anzuschreiben etc. Und ich möchte mal ein einfaches Konzept mitgeben, mit dem du die Jifu Badezusätze verkaufen kannst. Wir brauchen ein paar Rezepte, ein paar Zutaten dazu. Wir brauchen mal Posting-Ideen. Ich habe für dich unterhalb von dem Video 50 Posting-Ideen. Nehmen wir zum Beispiel ein paar her, 10 Wege, um dein Badeerlebnis zu verbessern. Oder 5 Bio-Kräuter, die dein Bad in eine grüne Oase verwandeln. 7 sinnliche Erlebnisse, die du in deiner Badewanne haben kannst. 3 Tipps, um dein Bad in einen Energie-Boost zu verwandeln. Und wir nehmen diese Posting-Ideen. Sehr, sehr wichtig, diese Posting-Ideen sind nach dem sogenannten FOMO-Konzept. FOMO heißt Fear of Missing Out. Das heißt, die Angst, etwas zu verpassen. Die sind wirklich erprobt. Und wenn du diese Posting-Ideen nimmst, bitte unbedingt auch die Emojis und die Zahlen, die in den Posting-Ideen drinnen sind. Du kannst die einfach kopieren unterhalb von dem Video. Die auf jeden Fall nehmen, weil dadurch die Anzahl der Aufrufe um bis zu 80% mehr ist. Das ist wirklich erwiesen. Das ist analysiert. Gut, jetzt nehmen wir die drei Tipps, um dein Bad in einen Energie-Boost zu verwandeln. Jetzt gibst du drei Tipps, die wirklich sehr, sehr wertvoll sind. Also das Konzept ist wichtig, dass du wirklich schaust, dass du Mehrwert bietest. Google einfach. Schau, dass du Tipps gibst, die nicht jeder kennt. Und dann sagst du, mein vierter Tipp, das ist jener Tipp, der für mich, ja, das Baden ein absoluten tolles Erlebnis gebracht hat. Oder du sagst, ich habe noch einen Bonus-Tipp für dich, der für mich das sinnliche Erlebnis, der mir absolute Energie gibt. Gibt wirklich den besten Energie-Boost und wenn du den wissen möchtest, jetzt kommt es, schick mir eine Nachricht. Sehr, sehr wichtig, dass du keinen Link zur Jifu reingibst, weil externe Links auf Facebook und auf Instagram sind nicht erwünscht. Die Plattformen wollen die Menschen auf der Plattform halten, logischerweise. Und auch, dass du nicht Jifu oder Jifu, Bassog, Badezusätze erwähnst, weil dann kommst du in den sogenannten Wortmarken-Update. Eine Wortmarke ist so, dass, ja, Jifu ist eine geschützte Wortmarke. Und wenn du die erwähnst, dann sinkst du im Algorithmus. Und wenn du das machst, wenn du diese Posting-Ideen hast, den Bonus-Tipp gibst und dann sagst, hey, wenn du noch eine Nachricht möchtest, aber wenn du noch diesen Tipp möchtest, dann schick mir eine Nachricht. So einfach kannst du dir wirklich ein Team aufbauen. Wenn du andere Jifu-Partner kennenlernen möchtest, die sehr, sehr erfolgreich arbeiten, die im Weg ganz nach oben sind, die im Marketingplan, wenn du jeden Tag neue Tipps haben möchtest, wie kannst du mit der künstlichen Intelligenz bei Jifu wirklich Erfolg haben, dann komm einfach in meine Facebook-Gruppe. Ich habe sie eingeblendet. Über 25.000 Networker sind dabei. Unterhalb von diesem Video findest du nicht nur die 50 Posting-Ideen für die Jifu-Badezusätze, sondern auch noch den Zugang zu meiner Gruppe. Ja, soviel dazu. Also wie gesagt, wenn du in den nächsten Schritt gehen möchtest, bist du herzlich eingeladen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Und eines kann ich dir sagen, mit diesen Ideen kannst du wirklich sehr, sehr viel verkaufen von Embadezusätzen von Jifu. Nicht nur das, auch die Reiseplattform und die anderen Produkte, die es gibt bei Jifu. Rock it, dann Willi. Bye bye, ciao, ciao.